Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Just Cause 2 Und dieses Mal habe ich mir überlegt Werde ich mal ein Ge-Renn-Herausforderung machen, da das doch mit den ganzen einfachen Ja, einfach Kann man es neulich nennen Weil, da das ein wenig öde wird, immer nur Aufträge zu erledigen Und von daher Hab ich mir überlegt Warum sollen wir nicht mal ein Ge-Renn-Herausforderung machen Wir haben, ja, bisher auch Eigentlich noch gar keine gemacht Ich kann mich nicht daran erzählen Ich kann mich nur daran erzählen, dass ich gerade fast nichts gehört habe Deswegen, kurze Redepause Ich muss wieder mal mein Headset einstellen Dauert nicht lange Ich höre wieder Das ist gut, wenn ich auch wieder alles höre Sonst kann ich schon schlecht interagieren mit den Leuten Was geht denn hier los? Achso, weil wir mit diesem schicken Haken Konversieren Ja, dann sollen wir mal alleine kämpfen Da habe ich jetzt keinen Bock drauf Da wollte ich mir heute mal so einen schönen Autofahrtag machen Nein Mein Begleiter hatte eine andere Idee Er wollte lieber Stress machen Was uns allerdings nicht daran hindert Obwohl ich nicht weiß, ob wir im Action Auch so Fahrsachen annehmen können Ob das uns dann noch genauso gut gelingt wie vorher Ja Das hier ist es Unser erstes Ziel Ja Rennherausforderung Eigentlich relativ einfach Das ist unser Fahrzeug Und wir müssen jetzt diese gesamten Kleinen Feuerriebe abfahren Ist aber teilweise gar nicht so einfach Bei Autoherausforderungen geht es aber Aber da das ganze auf Zeit läuft Oder sieht das mit dem Flugzeug nicht so gut aus Jedenfalls nicht bei mir Ich bin da Wie ihr wisst Hier hat der Motorradfahrt Und jetzt habe ich ja auch noch meine Leute im Weg Na ja Hauptsache wir fahren durch die Feuerriebe Oh nein Ich habe mal Zeit wie sonst was Alles gut Ich glaube man kriegt hier sogar Boos Für die Zeit Am Ende Oh nein Glück ab Ich frage mich gerade Warum wir gerade Kampfmusik machen Weil Am Kämpfen sind wir ja eigentlich nicht Wir fahren ja eigentlich nur Auto Oh nein Ach du gar Jetzt verdrehe ich mich hier und Es gibt auch solche Bonusrunden Ich werde das jetzt einfach mal versuchen Sein Gesicht ist alles verziehbar Nein nein Vorrück Warten sind wir hingehauen Gibt dann extra viel Zeitpunkte glaube ich Jetzt gehen wir hier nicht offen sein Ja unser Auto löst sich gerade in Wundefallen auf Macht uns aber nichts Schließlich Und fahren wir sogar auf Felge mit vielen Kruppenbögen Nein Und wenn ich die Bonuspunkte gemacht habe Die versauen mir jetzt alles Oh raus da Ich bin festgebackt Oh Gott Und Er rammelt Geschafft Jedenfalls diesen Punkt hier Das Schlank Ach da wäre eine Stunt Schnell gewesen Oder auch nicht Keine Ahnung Ja Wir sind Langsam an entkommen Oh nein Toll Gut dass man das ja in einem Fahrzeug machen soll Und nicht auf einem Fahrzeug Ich sehe es kommt Okay An Kontrollpunkt Neustart Ja Man hat mal wieder gemerkt Ich bin schlecht in sowas Aber auch nur weil ich das falsche Fahrzeug hatte Das sage ich jetzt einfach mal so Freigegeben ist es Ich weiß nicht Kann ich während der Mission Ja Halt die Klappe Ja kann ich Upgrade Jetzt fährt er noch besser Und noch schneller Und wir sollten Sei vorsichtig damit Ja Verziehen ich Ähm Und darauf sollten wir es eigentlich auch Relativ ziemlich schaffen Wieder Kampfmusik Das ist doch Unglaublich Oh nein Mein schönes Motorrad Und jetzt fällt es auch noch auf Nicht schön Toll jetzt Hänge ich mich hier fest Aber wir haben nur noch genug Zeit Von daher Oh Gott Nein Aber ich fahre gerade eine Rende Ohne Sind die mich hier alle am verarschen Ohne Was soll das denn jetzt hier Jetzt bin ich ohne explodiert Warum Gib mir dein Auto Okay Ich werde versuchen Mit dieser lahmen Kiste Etwas hin zu kriegen Was so viel heißt Wie Wir werden verlieren Gott weiß ich Bei der Zeit Die wir jetzt noch haben Eigentlich total unmöglich Aber naja Aber wenigstens ist das hier Nicht so eine kleine Pisskarre Die sich von oben Abholen lässt Die ist richtig groß Und Crasht mir ja alles aus dem Weg Was so fleißig Wie Ja Ich werde mir die Bonuspunkte holen Und Hoffentlich diesmal Keine Bullen am Arsch haben Zeit gesichtet Alle verfügbaren Einheiten Vorrücken Ja Passt doch perfekt Und diesmal kommt ein Trecker Ja Super Es gibt nichts besseres Als wenn der Wagen Dampft Und brennt Gebt dein Motorrad her Okay Jumps da hin Über die Brücke War wohl nichts Festgeleckt War super Ach jetzt Fahr hier doch nicht Komm Du schnell fährst Auto Auto Das ist ja meine Kamera Die macht ja Geräusche Das ist ja Unglaublich Unverloren Würde ich mal so sagen Deswegen neu starten Ich werde das jetzt So lang machen Bis ich das wenigstens Einmal schaffe Davor gebe ich jetzt Hier keine Ruhe Das ist ja wohl Eine Autsch Ja Autsch Du sagst es Nimm mich doch lieber Das Auto Und Ein Skorpion Ja Meine Gute Geht doch Echt Diese Kaffe Ist so dermaßen Unkontrollierbar Schon wieder Ich denke das ist ein Rennen Warum sind hier Irgendwann Leute Gott Ja Die Kamel ist echt Wundervoll Wir haben es geschafft Bevor die Zeit abläuft Durchs Neuen Kanzil zu fahren Das ist doch Siegen ja nur noch Zehn vor uns Plus zwei Brummisziege Jawoll Nein 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 Keine Unfälle Bonusziele Mache ich Immer noch Weil ich blöd bin Wir haben nicht Kontakt Erbitte Verstöreung Nein betrunken wir dich nicht Ja mit einer Karre Und meine geht so langsam In den Bach runter Und Deswegen Wünsche neue Genug Zeit habe ich ja Jetzt kriege ich Das kriege ich für die Bullen Das ist doch hier Boah Ja ne Hier wird nicht vorgelegt Und nicht auf Nicht nachgelegt Hier wird Durchgefahren Es sieht so aus Als wenn ich es mal schaffen würde Oh freut euch nicht zu früh Ich kann mich ja noch eine kleine Sache hier von eben Aber es sieht wirklich so aus Und wir haben es geschafft Einmal erhalten Ja toll dass ihr da seid Nein Das ist eine Was das hier Flussrennen Das kenne ich nicht Machen wir das Flussrennen Ja Aber bevor wir das Flussrennen machen Mensch jetzt hier mal meine Verfolger los Indem ich sie mit Hilfe unschuldiger Zivilisten geht doch Abschüttle und Weil das hier sowieso Einen Ich bin Startler Was brauchst du denn Ja Der hält's Maul Weil das hier sowieso Jetzt prinzipiell nur Mal Eine Episode nur mit Rennherausforderung wird Dass ich den ganzen Mist Der da im Weg ist Einfach mal weg Denn das ist Unnötig Und Wo ist es Da ist es Ja Falsche Ähm Okay Nehmen wir diese Herausforderung wieder mal an Raiyang Flussrennen Oh Das da ist mein Bildchen Ich würde schon sagen Was soll ich denn mit dem Alkanau machen Ähm Nun schon wieder Kampfmusik Das ist doch Aber ich muss sagen Das ist recht angenehm zu fahren Denn auf dem Wasser kann man relativ gut nachkurrieren Also das Schiff Und Und Schon 10 Und Noch kein einziger Unfall Das ist doch Das ist doch Das ist doch Perfekt man Perfekt Perfekt Und 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 Farbe An Genie 13 14 Oh Gott Das wird ja heute 15 Oh 15 15 16 16 Boah, das vorletzte ist in Sicht Und wir haben schon Boah, wäre gut, was in Zeitung kommt Und Ziel Ja Wieder mal leicht verdientes Geld Und ich sehe da schon die nächste Herausforderung Was ist das denn Ich sehe da schon